So, willkommen zurück zum Arma 2, British Armored Force, Let's Play. Wir sehen uns noch unterwegs zum Punkt Jester, F.O.B. Jester. Und wir müssen jetzt hier ein gefährliches Gebiet durchqueren. Bloß von der Straße runter hier. Okay, die beschießen uns jetzt hier mit Mörsern. Wir müssen mal sehen, dass wir uns hier verpieseln. So, das speichern wir mal eben hier. Zack. Wow, der hat uns gut geklappt. Und die Straße absauen. Da vorne ist der Spinner. Das ist ein Granatwerfer. Na, ist der erledigt? Sieh grad nichts. Wo war der jetzt? Da vorne sind sie. Okay. Na schon, kommt schon, Jungs. Da. Okay, die kümmern sich schon drum, sehe ich. Hey, 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 hey. Okay, Jungs. Ist unser Jackal kaputt? Wahrscheinlich nicht. Ist der tot? Der hängt über Reifen, okay. Alles klar. Wer ist jetzt hier abgesprungen? Der sitzt dabei nicht drauf. Der hier. Der. Die gehen jetzt mal eben wieder rauf. Da. Okay. Und ihr beiden kommt hier wieder rein. Und ihr beiden kommt hier wieder rein. Nein, doch nicht. So. Na, Jungs. Habt ihr genug? Sonst gibt's nur gerne noch eine Ladung Blei. Das ist alles kein Problem. Nicht dagegen fahren. Nicht dagegen fahren. Ah. Los, komm. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Kommt gerade aus. Ja, okay. Ich glaub, die haben genug. Wollte ich sagen. Fahren wir mal zurück. Zu unseren anderen Kollegen da vorne, die wir an der Straße zurückgelassen haben. Ja, hab ich jetzt da gelassen, weil sonst verhaken die sich hier noch. Dauert ewig, bis wir hier wieder rausgefahren sind. Da haben wir es auch schon fast geschafft. Okay. Haben die Mörse erledigt. Wir können weiterfahren. Auf geht's. Oh, Hase. Das ist ein bisschen ein terroristischer Hase. So ein, äh, Sprengstoffhase. Das wäre ja eigentlich auch mal eine Idee. So Katzen und Hunde mit Sprengstoff, äh, zu bekleben und die dann loszulassen. Oh, jetzt haben wir hier Leute auf Ideen gebracht, die das Video sehen. Na jo. Alter. Die haben aber echt noch nicht genug hier. Wow. Ich hör schon wieder Granaten, alles Mögliche hier explodieren. Okay. Da oben was? Nö. Geht's euch da hinten gut? Eww. Wenn euch meine Farbe so nicht gefällt, ne? Wenn ihr dann kotzen müsst. Leute sind hinten hinterm Sitz. Jester, das ist Lancer Red. Reinforcements. Do not shoot. Our copy. Oh, Frosty. Ist das ihr? Bloody hell. Wir haben ihn für den ganzen Morgen. Was hat ihr gebt? Getting around T-Stan, mate. Just die usual. IEDs, Mines, Mors, occasional bit of local skirt. You name it, we've had the pleasure. Sounds like a busy morning. Welcome to F.O.B. Jester. Home of the forgotten. Sounds a bit like all. Get ready for anything, mate. Oh, man. So. Mr. Masoud Rabbani. Hello, soldier. What do you want in small cottage of me? Hi, sir. I have a package for you. Here, please take this. Thank you, Sergeant. We are grateful. These medicines are badly needed. The tribe of Jilavu is in depth. We can assist in defending your base. I think you will soon need every hand you can muster. Thank you, sir. Though I hope we won't need to call on your services anytime soon. So, ich muss auf die andere Seite. Zack. Einmal wenden, die Kiste. Okay. Das speichere ich aber nochmal. Man weiß dann nie, was kommt. Und somit hätten wir eigentlich alle Aufträge erledigt. Check it around a little bit more. Lancer Red to Lion reporting in. We've just arrived our FOV Jester. Over. Roger that, Lancer Red. Glad to have you there. Now listen. We need you and Jester to prepare to fight. Bollocks, not today. There are several armed groups, partly motorised, probably hostile, converging upon your location from the west and north. We need you to hold the ground. We're seeking to divert reinforcements now. Over. Copy that, Lion. We'll prep for defence and counter with textbook response. Just get your finger out with those reinforcements, alright? Lancer Red out. Divert reinforcements, Jesus Christ, man. Alles klar. Okay. Ja. Jetzt müssen wir hier den FOV Jester verteidigen. Ich hoffe, das wird nicht zu hart. Aber das werden wir dann in der nächsten Mission sehen. Was uns da erwartet. Also. Ich weiß es natürlich schon. Ich kann sagen, es wird nicht leicht. Es wird nicht leicht. Macht aber Spaß. Auf jeden Fall. Hier nochmal. Also alle. Wir haben alles geschafft. Alles erledigt. Hier nochmal meine Abschüsse. Einen Verlust habe ich. Ja und. Jetzt bleibt noch dran. Nicht gleich abschalten. Denn wenn ich gleich schüss gesagt habe. Ich werde hier noch was. Eine kleine Überraschung für euch ranhängen. Hat gar nichts mit Arm oder Soul zu tun. Ist aber lustig. Vielleicht könnt ihr darüber lachen. Wenn ihr es auch lustig findet. So ein kleiner Bonus quasi. So ein kleiner Lutscher. Mal was zum Lachen. Okay. Dann verabschiede ich mich. Und viel Spaß. Bei dem was gleich kommt. Ciao. ? Non. Nein. 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 Ich will es nicht.